hallo leute herzlich willkommen wieder an bei nächste folge von film 4 ich hab kurz warte mal warte mal wo ist es genau hier genau wie oft wir gehen zurück wir haben fehler gemacht kurz oder habe ich gespeichert und die ja hier nicht hier ab gehen wir da direkt werden nichts geändert weil diesen solche arschlich habe ich habe gedacht menschen sollte menschen helfen ja wenn die gehen hinterher aber ohne mich würde sie immer weiter kämpfen hilfe ist hilfe ich helfe sehen nein die hintergehen mich und dann ich gehe hilfe der roboter diese so bekommen nichts von denen so wird besser ich gehe die menschen hintergehen gut eigentlich menschen soll messe aber danke ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe Ja. Meine Güte. Oh, komm schon. Oh ja. Voll drüber. Wo ist die nächste? Oh. Ah, verdammte Scheiße. Jetzt ist dort. Oh, schau mal an. Da mach mich jetzt so, da roba te mal. Okay. Oh man. Warte, ich lade schnell mein Leben auf, dass ich nicht so schnell verrege kann. Ich finde besser, dass ich ihm geholfen habe. Den Roboter statt diese Menschen, weil die sind im Hinterhalt gehen, sind die. Kunko. einer geht ja wieso nicht scheiße da ist noch einer also oder Joho Scheiße Shit Scheiße Oh man boah kampf was für und du solltest sterben nein 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 1 1 1 1 da 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 Alter. Wo ist noch einer? Alle? Die sind oben. Wie? Nein! Arschlöcher! Nein! Nein! Du kleine Pisser! Nein! Nein! Puh! 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 Meine Fresse, der braucht ewig. Läuft. Die werde besser. Äh, was? Äh, jaaa! Supi! Hilfe brauche ich. Achtung! Lagerung! Kicks werden wir auf dich! Los! Loll! Lagerung! Alle? Lagerung! Ach du heilige Scheiße! Ich hab keine Moni-Mission mehr! Scheiße! Nein! 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 Nu습니다! Puh! schon wieder da oh ja man ich hasse wo ist der habe ich schon so jetzt close the middle of the edge could you hear me after piss hmm feuerwehr feuerwehr robot polizei robot medik robot normal robot polizei robot hasse mea kraft tschuldigung es musste so und 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 Ja, eine Kanone, eine Kanone. Eine Kanone, eine Kugel. Eine Kanone haben wir bekommen. Nice! Wir haben eine Kanone bekommen. Ich will sie aus jetzt ein bisschen. Was ist die? Da! 100 Stunden, leck mir den Arsch. Wo ist die? Ach so! Gut. Gut zu wissen. Noch mal runden. So! Wollen Sie mich verarschen? Erstmal sagen Sie, soll ich nach unten? Ich schicke jetzt gar nichts, langsam. Schaue ich mal. Ach so. Die liegen überall, das ist gut, weil ich kann mir jetzt dick diese Dinger holen. Warte mal, machen wir später, weil ich will überall heulen. Ich habe gedacht, jeder hat so, aber leider ist nicht so. So wie ich habe ich gedacht. Ih, Kopf liegt. Gut. Gibt es noch jemand? Ja, hier. Ich mache noch da. Das ist toll. Wie geht's mir? ok Ja, ich weiß, oh, na ja, toll, nein, hier war jemand, das ist noch da. Das ist ein Hochzeug, legt mich nicht, great, da bist du sicher, aber ich bin blöd, komm, zeig dich, wo bist du da, meine Güte, wie viel hier liegen, da habe ich nicht gedacht. Na, so, nachdem so ein Schlagfeld war, werde ich mich nicht wundern. Aber ist schon geil, aber nicht so gut, ich glaube, ich muss ihn verbessern, dann wird er noch geiler, diese Waffe. Da, und stand wieder gleich, der arme Roboter. Ja, hast du gut gekämpft, Soldat. Okay. Ja. 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 Ja, ja. in eine jahrhundert so habe ich hier stimme aufgehört so wie wird die da sein so leute das war's haben wir diese mission entfüllt ich bin zufrieden dass ich auf dem doppelte geholfen weil diese menschen haben mir stinke finger gezeigt leck mich du gehörst nicht zu uns dann verpiss dich ich bin froh das habe ich das zweite mal gemacht na na wer ist hier der arschloch häh? häh? f*** nicht! ja, ja hey, was? so habe er mir nicht gut ausgenommen hi du hast wohl dieses schnicksal auf mich ha! so werdet ihr nicht mehr sehen ha! so werdet ihr nicht mehr sehen NEEIN! nein, das kann nicht sein! schon wieder sind auch da! hehehe, das kann nicht sein! Mann! egal! gehen wir nochmal! ach komm! schau drauf! gehen wir nochmal zu Tender! vielleicht bekommen wir noch was besseres! nee, das kann nicht wahr sein! ohne scheiß! also warte! machen wir Pitbull Tee! wie viel haben wir? wow! 2 noch besser! NEIN! das dürfen wir nicht machen aber knackern auch nicht im vergangen maximal ich wollte unbedingt machen größer und schwer wenn ihr schaut ok dann habe ich gesagt das würde ich gerne machen nämlich das wo machen wir wo machen wir jetzt rein juhu wow! nicht schlecht! dann sparen wir aber ordentlich na komm! stelle ich das noch! nächstes mal mache ich das noch! nächstes mal mache ich das noch! ja! da ist aber wie kommen wir nach oben! ja! ich! 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 glaube 4 fahre schon nochmal nach oben! ich! 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 sie! ich! So weiter geht, dürfen wir mit einem oder zwei weiteren Staaten näher landen. Meine Schreitze sind am Beaubregen. Okay. Okay, und jetzt? Äh, da soll ich es sagen? Ja. Okay. 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 Ah. Ich habe gedacht, da muss man, aber ne, da hinten sind auch Eingang. Und jetzt? Nix. Ich habe gesagt, ich muss den da noch einmal halten. Aber ich bin gefordert worden, aber nicht. Er wird nicht schlecht und er wird nochmal schausen. Äh. Aber die sind. Ja. Okay. Toll. So. Jetzt haben wir das gemacht, machen wir, ich habe gesagt, willkommen, wir sind, machen wir diese. Und dann sind wir bei Hauptmission. überall. Pass. Bau eine Konsort. Ah, diese verdammte Konsort muss ich noch bauen. Oh nein. Alles habe ich, weil hier muss ich alles bauen. Habe ich so gut wie alles gebaut, auch seit dieser Konsort, weil die fehlen mir in eine verdammte Stück Sache. Okay. Gehen wir zuerst diese. Äh. Und jetzt? Ah, sehe ich. Okay. Okay. Also, wir sind da genau, wo wir es sollten. Aufzug. So, jetzt. Hoffe ich, wir sind richtig. So, Leute, ihr werdet euch sagen, das war's für mich und wir sehen uns wie immer.